Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei OpenOffice Calc ein Diagramm erstellen könnt. Und das ist wirklich super einfach, deswegen gibt es danach noch ein paar zusätzliche Informationen. Das heißt, wir werden zwar erstmal nur für die Einnahmen und Ausgaben hier ein Diagramm erstellen. Und ihr seht, das ist ja von Januar bis Dezember alles sauber aufgeführt, Einnahmen und Ausgaben halt getrennt. Aber wir haben dann so ein paar Spalten weiter noch den Ausschuss. Und den werden wir erst nachträglich sozusagen in das Diagramm mit einbinden, damit ihr mal seht, wie das auch funktioniert, halt die Daten später hinzuzufügen. Momentan werden wir das alles in einer Tabelle machen und danach werde ich nochmal zeigen, wie man so ein Diagramm auch auf einer anderen Tabelle eintragen kann sozusagen oder erstellen kann und die Daten trotzdem von Tabelle 1 holt. So, fangen wir am besten auch gleich mal an. Ich mache das erstmal alles ein bisschen kleiner, weil wir bekommen gleich ein, ja sozusagen ein Diagramm schon angezeigt und das verdeckt uns dann alles hier so ein bisschen. Deswegen mache ich das erstmal ein bisschen kleiner. Wir markieren jetzt hier erstmal die Daten, die wir im Diagramm sehen wollen. Das heißt, ich markiere erstmal nur das hier. Das machen wir später. Und man muss es nicht markieren, das kann man auch später noch machen. Aber wir markieren das einfach schon und dann steht uns das auch gleich zur Verfügung. Wir gehen jetzt auf Diagramm, also auf das kleine Symbol Diagramm und das befindet sich hier. Entweder hier drauf oder wir gehen auf Einfügen und dann gibt es auch den Punkt Diagramm. Und dann bekommen wir hier schon ein Diagramm und hier den Diagramm Assistenten. Hier könnt ihr euch schon mal das raussuchen, also das Diagramm, was für eure Daten am aussagekräftigsten ist. Und ihr seht, das Säulendiagramm steht ganz oben. Ich denke mal, das ist auch das oder der Diagrammtyp, der am häufigsten verwendet wird und die Daten am besten darstellen kann. Es gibt aber auch Balkendiagramm, Kreisdiagramm, ich nehme das mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man noch ein bisschen was. Und Flächendiagramm und so weiter. Und sucht euch einfach das raus, was ihr wollt. Ich nehme das Säulendiagramm. Hier gibt es sogar noch Unterpunkte. Ihr seht ja mit dem gestapelt oder prozentual gestapelt. Aber ich meine jetzt hier auch das hier unten mit 3D-Darstellung. Wir klicken da rauf und dann sieht das Ganze gleich ein bisschen räumlicher aus. Und ja, wir können das so lassen. Ihr könnt die Form hier noch ein bisschen ändern. Meinetwegen Zylinder oder Kegel. Aber mit dem Quadrat, das finde ich schon ganz okay. Ich mache das jetzt wieder ein bisschen nach oben. So, jetzt kommt der Datenbereich. Also entweder gehen wir hier auf Weiter oder klicken hier auf Punkt 2 Datenbereich. Und hier seht ihr schon, hier steht bei Datenbereich Tabelle 1 mit einem Dollarzeichen vorangestellt. Das heißt, das ist ein absoluter Bezug auf Tabelle 1. Würde hier ein anderer Name stehen. Würde jetzt hier auch etwas anderes stehen. Und dann von den Zellen A2 bis C14. Das heißt von hier A2 bis C14. Das ist unser Datenbereich momentan. Die Datenreihen sind bei uns jetzt oder bei mir jetzt die Spalten. Das ist okay. Ihr seht ja Einnahmen und Ausgaben. Hier Einnahmen und Ausgaben. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, ihr wollt die in Zeilen haben. Also Datenreihen in Zeilen. Und das sieht dann so aus. Mir selbst gefällt das nicht so gut. Aber naja gut, kann man machen. Aber wie gesagt, schwerer zu überschauen. Also die Datenreihen in Spalten. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an. Ihr habt zum Beispiel jetzt hier Beschriftungen. Ich habe jetzt Spaltenüberschriften und ich habe Zeilenbezeichnungen sozusagen. Und zwar Januar, Februar und so weiter habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt ist natürlich wichtig, erste Zeile als Beschriftung. Das heißt, es ist die erste Zeile, wurde als Beschriftung genommen. Ist auch korrekt. Und die erste Spalte als Beschriftung. Das ist das hier. Das wäre jetzt die erste Spalte. Und beides stimmt ja bei uns. Und deswegen sieht das auch schon hier so aus. Mit Einnahmen und Ausgaben. Und hier mit Januar, November, Dezember fehlt, weil die Tabelle ist nicht breit genug. Also das Diagramm. Aber wenn wir das jetzt weggenommen hätten, dann schaut mal, da sind die natürlich weg. Die Daten hier. Weil, ja klar, wir haben jetzt die Beschriftung sozusagen weggenommen. Also stimmt das auch nicht mehr. Und deswegen müssen wir das anhaken. Und dann passt das auch wieder. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Eigentlich könnte man das jetzt schon fertigstellen. Aber wir gehen jetzt trotzdem noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen auf Datenreihen oder halt auf Weiter. Und dann haben wir hier schon die Möglichkeit. Ihr seht die Datenreihen. Das wurde ja schon analysiert. Einnahmen, Ausgaben steht jetzt hier. Einnahmen, Ausgaben. Und wenn wir hier raufklicken, hier oder hier, ändern sich natürlich hier auch die Daten aus den Datenbereichen. Also ich gehe auf Einnahmen. Und hier seht ihr, der Name von den Einnahmen. Ja, hier von diesem Diagramm. Kommt aus Tabelle 1 von B2. Und zwar genau hier. Also Tabelle 1, B2. Die Y-Werte, und zwar die für die Einträge in dem Diagramm selbst, kommen auch aus oder von Tabelle 1. Und zwar von B3 bis B14. B3 bis B14. Hier könnt ihr sogar schon Änderungen vornehmen. Also wenn euch das nicht gefällt oder ihr wollt halt die Tabelle meinetwegen vergrößern und so weiter, könnt ihr das sogar noch alles anpassen. Bei den Ausgaben genau das Gleiche. Ich klicke jetzt hier rauf und dann seht ihr, der Name von Ausgaben kommt von Tabelle 1, C2. Tabelle 1, C2. So, und die Y-Bereiche sozusagen genau das Gleiche. Also der Name, also ich habe jetzt hier rauf geklickt. Man sieht das hier natürlich dann besser. Also wie gesagt, C2, C2. Und die Y-Werte hier kommen von C3 bis C14. C3, also hier bis C14. Und genau das wird auch dargestellt. Also überhaupt gar kein Problem. Wir werden das jetzt trotzdem erstmal noch abschließen. Wir gehen jetzt mal auf Diagrammelement. Und hier könnt ihr zum Beispiel einen Titel vergeben, einen Untertitel vergeben. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier schreiben, mein Diagramm. So, Untertitel zum Beispiel Einnahmen und Ausgaben. Und ihr seht schon, hier ändert sich das schon. Ja, ich schreibe jetzt als Untertitel Einnahmen und Ausgaben. Zum Beispiel, jetzt könnt ihr die X- und Y-Achse im Prinzip genauso beschriften. Das heißt, die X-Achse ist ja das hier unten. Und die Y-Achse, das ist hier oben. Das heißt, also in diese Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, für die X-Achse, ja, die Monate. Ihr könnt natürlich ganz andere Titel nehmen dafür, ist ja klar. Und für die Y-Achse zum Beispiel Summen. Ich drücke Enter. Und dann habt ihr im Prinzip hier schon mein Diagramm, Einnahmen, Ausgaben und die Monate. Hier die Summen und so weiter. Also ihr könnt das alles individuell auch anpassen. Um die ganzen Sachen jetzt bearbeiten zu können, ist das auch ganz einfach. Ihr markiert einfach hier den Bereich, den ihr ändern wollt mit der rechten Maustaste. Und dann könnt ihr schon den Diagrammtyp ändern, die Datenbereiche ändern, 3D-Ansicht ändern. Ihr könnt die Datenreihen formatieren. Also wenn ich jetzt auf Diagrammtyp zum Beispiel gehe, kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt ein Balkendiagramm haben. Oder ein Kreisdiagramm. Und das wird natürlich dann auch entsprechend alles angepasst, so wie ich das haben will. Ihr seht das ja. Ich gehe jetzt wieder auf Säulendiagramm. Ich sage OK. Und möchte zum Beispiel jetzt hier was ändern. Ich gehe auf Diagramm. Ihr seht, wenn das hier markiert ist, dann könnt ihr mit der rechten Maustaste eben da reinklicken. Und dann könnt ihr den Titel nochmal formatieren. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte zum Beispiel Linien haben außenrum. Ich möchte zum Beispiel die Schriftart ändern. Ich möchte das zum Beispiel fett haben. Das gefällt mir einfach besser, wenn das fett ist. Und dann seht ihr hier schon in der Vorschau, wie das aussieht. Ihr könnt die Schriftgröße noch ändern. Und wenn ihr dann OK klickt, dann passt sich das natürlich alles an. Und das Gleiche gilt hierfür. Und ihr habt schon gesehen, wenn ihr hier so ein bisschen rauf klickt, dann könnt ihr sogar den Namen direkt hier ändern. Ich könnte zum Beispiel jetzt schreiben, mein tolles Diagramm. Oder Einnahmen und Ausgaben von Jan bis Dezember oder wie auch immer. Also könnt ihr alles so machen, wie ihr das haben wollt. So, und auch ein anderer Format. Ihr seht ja, wenn ihr hier doppelt drauf klickt zum Beispiel, könnt ihr die Schriftarten ändern für die einzelnen Bereiche. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, das ist mir zu groß, dann macht das halt ein bisschen kleiner. Ändert hier, was ihr wollt. Ihr könnt sogar die Art ändern. Das heißt, momentan ist ja angezeigt der Quellenformat. Das heißt, ihr übernimmt natürlich das, was hier drin steht. Aber wollt ihr das zum Beispiel nicht? Ihr wollt in der Tabelle das so haben und möchtet das aber im Diagramm anders haben. Ja, dann macht das Häkchen hier weg. Und dann könnt ihr hier sogar noch was ganz anderes auswählen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will gar nicht sowas haben, dann nehmt einfach irgendetwas anderes. Was könnte man zum Beispiel hier nehmen? Statt, nehmen wir mal Zahl zum Beispiel. Und das wäre jetzt Standard. Ja, dann nehmen wir das, klicken hier rauf und dann passt sich das natürlich auch entsprechend an. So wie ihr das haben wollt. Wie gesagt, total simpel. Wir werden jetzt aber noch was anderes machen. Ich hatte ja gesagt, wir werden den Ausschuss noch mit hinzuziehen. Das heißt, ich werde das Diagramm ein klein bisschen nach unten schieben. Und dann gehen wir wieder hoch. Und jetzt werden wir den Ausschuss mit in das Diagramm hinzufügen. Ich mache das mal anders. Ich werde das mal ein bisschen kleiner machen. Nach oben schieben. Dann haben wir das nämlich rechts daneben. Dann sehen wir alles auf einmal. Zack. Genau, so passt das am besten. Und ja, das geht auch super einfach. Wir gehen einfach auf die Tabelle, rechte Maustaste und dann Datenbereiche. Ich klicke hier rauf und ihr seht ja, hier ist das ganz normal, der Datenbereich und so weiter. Aber hier bei Datenreihen seht ihr schon, gibt es den Punkt Hinzufügen. Ich klicke jetzt einfach mal da rauf und dann seht ihr unbenannte Datenreihe. Also das heißt, es ist noch komplett neu. Und das ist super einfach. Wir haben den Namen in der Daten, also in den Datenbereich und der Name kommt ja von hier oben. Das ist der Ausschuss. Das heißt, Bereich für Name einfach hier reinklicken, auf dieses Symbol klicken, dann auf Ausschuss gehen. Dann holt er sich den Namen direkt von hier her. Und dann seht ihr auch schon in den Datenreihen steht das sofort hier zur Verfügung. Jetzt müssen wir natürlich noch die Y-Werte nehmen. Der Titel steht hier auch schon drin, aber die Daten sind noch nicht da. Und die Y-Werte ist ja noch leer, der ganze Bereich. Da klicken wir rauf, gehen hier auf Bereich für Y-Werte, klicken darauf, nehmen wieder dieses Symbol und wählen uns. Wir haben ja hier so ein kleines Dialogfeld, wo wir das auch händisch eintragen könnten. Aber wir können das auch markieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann seht ihr schon, ganz kleine Pünktchen sind hinzugekommen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. So einfach ist das eine neue Datenreihe mit hinzuzufügen. Ich sage jetzt OK und lasse das auch mal. Und damit wir den Ausschuss auch mal sehen, werden wir mal hier einfach im, was ist das hier, Juli mal den Wert richtig anheben. Da haben wir mal für 20.000 meinetwegen Ausschuss gemacht. Und dann seht ihr auch schon gleich, wie das hier ansteigt. Also die Werte sind auf jeden Fall da. Und ihr habt gesehen, wir haben das einfach nachträglich mit hinzugeführt. Und jetzt haben wir ja hier dieses Diagramm und jetzt zeige ich nochmal im Schnelldurchlauf, wie man ein Diagramm auf einer anderen Tabelle erstellen kann. Das heißt, ich mache das jetzt aber ein bisschen einfacher. Ich lösche jetzt mal diese beiden Spalten. Einfach markieren, rechte Maustaste, Spalten, löschen. Und dann gehe ich jetzt hier auf Tabelle 2 und sage einfach, ich möchte ein neues Diagramm haben. Klicke hier mal auf dieses Symbol. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, auf Einfügen und Diagramm gehen. Und dann sehen wir schon, welches Diagramm möchten wir denn haben. Wir nehmen irgendeins. Diesmal nehme ich ein Kreisdiagramm. Nehme meinetwegen dieses hier, realistische Darstellung von 3D. Aber ich glaube, das geht ja doch, geht auch so. Und dann gehen wir weiter. Und jetzt kommt natürlich der Datenbereich. Ja, hier ist ja keiner. Also, hier steht auch Tabelle 2, Zelle A1. Ja, hier gibt es nichts. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf dieses kleine Symbol. Dann bekommen wir hier wieder so ein Mini-Dialogfeld. Gehen dann auf Tabelle 1. Wählen uns den Bereich aus, den wir haben wollen. Ich wollte das jetzt nicht nochmal extra zeigen, wie man den Ausschuss separat hinzufügt. Und ihr seht, was schon passiert ist. Er hat sich jetzt sozusagen schon die Daten jetzt geholt. Ihr seht, der Datenbereich ist Tabelle 1, wo wir gerade drin waren. Und zwar Zelle A2 bis D14. Hier hat er jetzt das so gemacht, dass er die Datenreihen aus den Spalten holt. Ja, wenn wir das wollen, ist das okay. Wir können auch Datenreihen in Zeilen nehmen. Dann haben wir halt wirklich nur eben Einnahmenausgaben. Und das wurde dann so aussehen. Ja, ist natürlich mehr eine Sache der, na, des Geschmacks, sage ich mal. Also mir gefällt das jetzt hier so als Kreisdiagramm sowieso nicht. Also viel zu unübersichtlich. Ich nehme lieber einen anderen Diagrammtyp. Ich nehme wieder meine Säule. Und meinetwegen mal das hier. Sieht ja eigentlich auch ganz cool aus. Und genau. So, Datenbereich hatten wir. Datenreihen, wie gesagt, alles ja schon vorhanden. Weil wir jetzt alles markiert haben. Einnahmenausgaben, Ausschuss hatten wir alles zusammen mit markiert in der Tabelle. Und, ja, Diagrammelemente habt ihr ja schon gesehen. Mein Diagramm und dann Untertitel. Meinetwegen. Einnahmen. Muss man natürlich auch richtig schreiben, ja. Wir haben X-Achse, wieder Monate, meinetwegen. Y-Achse, Summen oder Umsätze oder was auch immer. Also je nachdem, wie ihr das braucht, schreibt das einfach hin. Und wenn ihr damit fertig seid, einfach fertig stellen. Ihr könnt das Ganze aufziehen, ihr könnt sogar Hintergrundfarben ändern. Also wie gesagt, ihr müsst einfach mal auf die Bereiche klicken, die ihr ändern wollt. Entweder einzeln, mit einem Doppelklick oder mit der rechten Maustaste. Und da könnt ihr so viele Sachen noch ändern. Also selbst beim Diagrammbereich könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, Fläche, ganz andere Farbe, Rot oder sonst irgendwas. Ändert das einfach so ab, wie ihr Lust habt. Nehmen wir mal Türkis. Und dann sieht das Ganze so aus. Macht das so, wie es euch am besten gefällt. Und ich denke mal, ihr habt jetzt genug Hintergrundwissen, um das auch realisieren zu können. Alles klar, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei einem weiteren Tutorial dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.